1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ich bin Patrizia, das ist die Anneg. Ich möchte euch gerne die kleine Figur Egevaria aus dem Salza zeigen. Vielleicht kennen ihr sie schon, aber ich denke, es ist etwas Gäbiges und nicht so schwer zu lernen. Vielleicht kann man sie dann auch zu Hause brauchen. Aus diesem Grund. Ihr habt gesehen, wie es aussieht. Darum haben wir mit dem angefangen. Es geht aus dem Grundschritt heraus. Wir fangen mit dem Grundschritt an. Auf die Arme zu. Und auf dem Grundschritt 5, 6, 7 6 schieben wir die Arme weg. 7 Strömer auf der Seite. Dann haben wir die Twists, Twists, Turn. 5, 6, 7 und fangen wieder an. 1, 2, 3 5, 6, 7 Jetzt zeigen wir es nochmal schnell mit dem Rhythmus am Grundschritt. Ganz aneinander. Grundschritt voraus. 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Achtung! 5, 6, 7 1, 2, Gamma 5, 6, 7 Grundschritt 1, 2, 3 5, 6, 7 Ok? Mit Musik nochmal schnell. 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Achtung! 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Das war es sie! Ich hoffe, ihr habt es gebraucht und ihr habt den Blaust damit. Bis bald! Tschüss zusammen! 2, 3 3, 4, 5 7, 8 1, 2, 3 1 1